So, da sind wir wieder. Ich habe mal eben nur ganz kurz den Ring gererollt, Sockel reingerollt und somit jetzt den Gogok da drin. Und jetzt habe ich keine Steine mehr hier, da. Hier eine Menge Baum, jemals. Aber viel umrollen kann ich halt auch nicht, weil ich nur 72 von dem vergessenen Atem. Also versuche ich jetzt mal in einem normales Neferlamp-Portal da so ein bisschen zu leachen und so ein paar Atem und Steine zu leachen. Mal gucken. Kopfgelder wollen wir nicht, weil normales T13 machen wir mal. Da ich jetzt ja auch endlich T13 beitreten kann. Wollen wir mal gucken, ob wir da so ein paar Sachen finden können. Ring der Lehre zum Beispiel wäre ganz geil. Dann, ich werde zerquattel und Karnevalsfratze immer noch. Also, da müsste man eigentlich mal gucken, ob man da... Ach, sag mal... Ah, ne. Scheiße, wieso haben die jetzt kein T13-Spiel mehr? So nicht. Die T14 kann ich nicht. Das kann doch nicht sein, ey, man. Dann mache ich das halt eben gleich öffentlich, weil ich nur noch jemand dazu komme. Also, das kann ich nicht nur noch gar nicht geben. Aber das kann ich nicht. Ich werde noch nicht auch nicht oder nicht verlautern. Die T16 habe ich auch nicht gedrückt. Oh ja. Ah, fuck. Ja, zum Farmen wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Ich brauche mehr Zeit. Euer Untergang ist besiegt. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Wieso hat er denn das Spiel jetzt wieder verlassen, der Penner? Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Wieso habe ich die denn genommen? Ich wollte die noch gar nicht nehmen, verdammte Axt. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Euer Untergang ist besiegelt. Ich brauche mehr Zeit. Also gefällt mir das aber nicht. Das ist doch echt mies. Ich brauche mehr Zeit. 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 So, eins noch, dann machen wir gleich wieder einen Break. Mal gucken, wie lange wir jetzt für das brauchen wir das nächste. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Oh. Ich muss mich erholen. Noch nicht bereits. Ich wurde geheim. noch nicht bereit ich brauche mehr zeit ich brauche mehr zeit ich kann nicht mehr tragen ich brauche mehr zeit grüne gürtel sind immer kacke ich brauche mehr zeit ich brauche mehr zeit ich brauche mehr zeit ich brauche mehr zeit noch nicht bereit ich muss zurückkehren muss knackers kacke das schwert ist nicht so schlecht alles andere brauche ich nicht also ich muss jetzt auf jeden fall ring der leere in den cube packen weil das ist eigentlich das ist und deshalb auch so schlecht gerollt was ich denn wirklich in den cube packen muss also das geht gar nicht anders so dann gehen wir gleich mal wieder speichern hier ja der speicher so dann haben wir nämlich auch den trank mit drin und ach ja beim kopf können wir eigentlich noch mal gucken aber da ein bisschen höher kriegen nachdem wir so ein paar edelsteine haben ja eigentlich bräuchte ich neun dafür dass wir ein bisschen doof so das war es dann erst mal wieder ich habe sechs steine gefahren da könnte man dann wieder den den google ein bisschen leveln aber ich werde dann wahrscheinlich demnächst noch ein paar mehr normale riffs machen obwohl ich jetzt ein paar art gefunden haben natürlich auch durch den galat gerade eben mal gucken aber erst mal werde ich glaube ich ein bisschen motorrad rennen gucken und dann mal schauen wann es weiter geht also bis bald